So, jetzt gleich geht es rückwärts, nehmen wir das Ende des Bandes, nach vorne ziehen, schulterbreit und hier kreisen, jetzt müssen wir rückwärts kreisen, nicht vor, sondern rückwärts werden. Von rückwärts, nach vorne, und umdrehen. So, nochmal, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne ziehen, etwas mehr als schulterbreit, und hier rückwärts rein, das andere, der Rest des Bandes ist einfach hier neben euch, kreisen, hoch, wenn er aufgekommen ist, dann zurückziehen, und richtig nach hinten, einmal, kreisen, 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 rückwärts, kreisen, 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 rückwärts.